. . . . . . . . Was sollst du sagen? Jetzt komme ich nicht mehr ganz daraus. Ich habe gemeint, sie sei so ein Depp, der die Bühne will putzen. Darum bin ich doch rausgekommen. Ich muss merken, jetzt eine Bühne zu putzen. Hast du eine Pause? Das ist so ein Depp, der die Bühne will putzen? Sie müssen doch jetzt keine Bühne putzen. Nein, 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 nein. Jetzt ist also fertig. Sie müssen doch keine Bühne putzen. Ich muss jetzt eine Bühne putzen. Herr Bockli hat er gesagt. Wer? Herr Bockli. Er heisst Böckli, nicht Böckli. Aber ich muss jetzt eine Bühne putzen. Das ist eine Bühne, keine Bühne. Aber wenn Herr Bockli sagt... Böckli, er heisst Böckli. Und Sie müssen keine Bühne putzen, wir sind zu mitten in der Probe, so können Sie nachher putzen. Ich muss jetzt eine Bühne putzen. Bühne, es ist eine Bühne. Aber wenn Herr Bockli sagt... Böckli, er heisst Böckli. Ich muss jetzt eine Bühne putzen. Bühne, es ist eine Bühne. Sie müssen vielleicht eine Bühne putzen, aber sicher keine Bühne putzen, oder? Aber wenn Herr Bockli sagt... Böckli, er heisst Böckli. Mit ö ö ö ö. Man sagt ja nicht Loli, man sagt ja Lööli. Ja, aber man sagt ja nicht Arschologe. Man sagt Arschologe, ein dummer Ziege da. Das ist eine Bühne. Das ist eine Bühne. Was sind Sie lachen? Das ist eine Bühne. Das ist eine Bühne. Das ist eine Bühne. Die Reise.